Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. So, was werden wir denn heute als nächstes tun? Wir werden heute erst einmal zu unserem neuen Haus gehen. Neues Haus, neues Haus, wo bist du da? Und hier werden wir jetzt unsere neue Mine anfangen, weil wir brauchen ja Rohstoffe, die wir in unserer alten Mine nicht finden werden, da die Mots ja erst später dazu kam. Ich habe hier diesen Hügelberg teils hier schon abgetragen und wir werden jetzt hier anfangen, an den Mineingang zu graben. So weit würde ich sagen, können wir mal reingehen und von hier aus holen wir uns dann auch schon wieder bergab gleich. So, jetzt wollen wir uns auch hier schon wieder bergab buddeln. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das am besten machen. Das ist natürlich, das wäre, wenn wir Stein hätten. Da haben wir noch nichts dabei. Wir brauchen auch noch Opfer Cola, habe ich dabei. Da habe ich da auch noch gefunden. Können wir uns eigentlich mal eben ein paar Fackeln noch machen. Werden wir ja gleich brauchen. So, da gehen wir noch einen weiter. Ich hoffe, dass da mal ein Stein ist. Das sieht mir drastisch da so aus. Ja, so ist es schön. Und von hier aus jetzt bergab. Mal ein bisschen weiter bergab. Die kennen wir ja schon. Das letzte Mal, wo wir eine Mine gebaut haben. Das ist natürlich jetzt viel schneller geht. Aber wir könnten eigentlich noch ein bisschen machen. Das sieht dann schöner aus. Ich muss mal Höhe her. 2-3. 2-3. Ein paar neue Rohstoffe finden, das bringt das nichts, was haben wir jetzt schon wieder hier gebrochen? Leck, Leck. Ja klar, was das war. Wir sind hier noch auf Höhe von 64. Da kann man ja auch nichts Tolles erwarten. Liedstein. Natürlich hier. Da muss ich auch schneller voran. Oh, wir haben hier eine Höhle gefunden. Blaue Sachen, das ist schön. Was für eine Höhle hier. Mal gucken, ob ich da nicht was schönes finden. Hier brauchen wir natürlich unser Jetpack. Jetzt kommen wir noch nicht mehr hoch. Wir können natürlich hier abbiegen. Drei Breite machen. Dann machen wir vier. Dann machen wir noch einen. Hier wenden wir uns so. Dann machen wir noch mal. Dann machen wir den hier auch noch weg. Den machen wir auch noch weg. Dann kommt hier auch wieder runter. Schöne neue Minimum. Dann kommt hier an. Wenn ich jetzt ab. Dann kommt hier an. Und dann kommt hier an. Dann geht's zur Klapp. Dann kommt hier an. Dann kommt hier an. Dann knifst du an. Dann kommt hier an. Dann schick. Wir werden ja am Ende auch Schienen lang bauen, aber das kommt natürlich auch alles viel später erst. Und wir haben wieder einen Modifikator am Hammer bekommen. Die können wir jetzt ja auch nochmal wieder rechts abbiegen. Okay, da sind wir halt hier auf, ja. Doch nochmal den weg, den weg. Obwohl, eh, da haben wir wieder einen hin. Warum wird es mich jetzt so schön geschnörkelt runter? Bist du, da ist ja auch noch nicht so schön dringend zu sehen. Und jetzt, wenn wir jetzt so viel mehr abbiegen, dann können wir auch noch ein bisschen drehen. Also, es gibt gute Kольzen. Also, da sind wir hier noch ein paar Paarot. Und dann, wenn wir noch mal an deinem Teuchl run. Das ist so schön. So, jetzt kommt es ein bisschen. Okay. so ist doch schön und was haben wir hier muss mir jetzt das wollen wir nämlich das osnium erz brauchen wir nämlich nächstes mal anfangen mit dem osnium erz zu arbeiten gleich gleich so ein bisschen tiefer hier und Mhm. Machen wir mal ein bisschen hier um, war das Motto kaputt hier. Wow, was willst du denn? Du willst mich ja so, du willst ihn mir mal legen, hä, hä, hä? Das ist toll, und du? Leck, 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 wieso leckt's? So, jetzt nicht mehr. Eine Hand, aha. Echsenhand. Ist schon wieder schlimm hier, wie lange die Vergiftung noch. Zehn Sekunden. Ok, wir müssen hier weg. Ah, nicht Game Mode. Ein halbes Herz noch. Wow. Schnell, wo war das hin? Altes Haus. Wir haben's gerade noch mal rechtzeitig wieder nach Hause geschafft. Wir haben auf jeden Fall Osmium erst gefunden, das war ja auch unser großes Ziel. Und, äh, dann sag ich, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst noch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.